Die IVU sorgt dafür, dass Verkehr in großen Ballungszentren reibungslos, effizient und in hoher Qualität erfolgen kann. Als Informatiker kann man, ich glaube, sehr gut arbeiten weltweit. Es gibt eine gute Bezahlung, eine gute Sicherheit, auch natürlich als Informatiker einen guten Job zu finden. Für mich war es eher die Faszination für dieses Gebiet und die enorme Vielfalt, mit der man da zu tun hat. Das macht mir unheimlichen Spaß.